Willkommen zurück zu Let's Play Risen und als erstes muss ich sagen, ich bin ein Noob. Hier ist ein Loch. Dort gehen wir jetzt durch. Nautilus. Oh Mann. Und ich versuche die ganze Zeit wie so ein Blöder da drüber zu springen, was überhaupt nicht möglich ist. La 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 la. Bonanta. Mal eben kurz gucken. Null. Hier ist noch nichts. Halt. Erst mache ich hier ein Safe State. F8. So. Weil hier mit Sicherheit gleich wieder Ghule sind. Hier scheint nichts zu sein. Dann kommen da gleich mit Sicherheit Skelette raus. Boah, dieser ganze Tempel, der geht mir so auf den Strich. Ah gut, da kommt nichts raus. Perle. Levitation. Geil. Endlich mal Levitation. Oh, ich habe immer Angst, dass da solche Viecher rauskommen. Kerzenleuchter, Levitation, das. So. Bevor wir jetzt den letzten aufmachen. Ja. Ja. He. Ja. Oh, war das einfach. Nein, einstecken. Alter. So. Goldherr. Super. Wo ist unsere Fackel? Das heißt, wir müssen noch ein bisschen rein in den Tempel. Boah, ich will hier endlich raus. Regionalkarte. Ist aber nicht mehr viel. Ja. Boah. 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 Boah, ich habe immer Angst, dass gerade irgendwas kommt. Das ist schlimmer als irgendein Horrorspiel. Immer noch nix. Das heißt, hier ist... Also... Ich meine, hier wäre eine Kristallscheibe in diesem Tempel. Wenn nicht, glaube ich, würde mich so aufregen. Geht's jetzt erstmal wieder hier in den Quicksafe. Okay. Ich meine, hier ist eine Kristallscheibe. Ich meine, hier ist eine Kristallscheibe. Oh. Darüber... So, dazu sag ich jetzt nichts. Oh. Oh. Nein. Ich höre jetzt auf, schwule Geräusche von mir zu geben. Und versuche... Irgendwie anders hier... Was ist hier denn? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach so, können wir dann hier drüber laufen, oder wie? Ha, super. Warum habe ich trotzdem das Gefühl, dass ich hier was vergessen habe? Mal kurz gucken. So. Nein. Ja. Ähm. Hier mal kurz alles nachgucken. Da war nix. Halt. Ne, hier waren wir schon. Aber ich habe das Gefühl, ich habe irgendwo was vergessen. Das kann doch nicht sein, dass hier jetzt nichts ist. Ne, die haben wir alle... ...geplündert sozusagen. Da kamen wir raus. Nicht lustig. Alles aber nicht lustig. Ne. Ja, dann gucken wir woanders. Gucken, ob wir jetzt mit einem von euch hier reden können. Suchst du wen? Ah. Nein. Halt, oder hast du vielleicht irgendwas, was du mir noch nicht gesagt hast? Bist du völlig verblödet? Wir sind dritt... Ach ja. Lass dich mal wieder sehen. Ja. Hängebrücke. Ja, gestohlene Kristallscheibe. Vom Gürgab, ne? Na, bestimmt. Cyrus, wo ist der denn? Der ist da ganz oben. Hm. Ich gehe jetzt noch nicht hier raus. Hier muss doch noch irgendwo was sein. Ich gehe jetzt in diesem Part nochmal den ganzen Ost-Tempel durch. Ich gehe jetzt in diesem Part nochmal den ganzen Ost-Tempel durch. Mensch, Mensch. Ich schätze immer wieder sowas. Jeder sieht's, nur ich nicht. Hier waren wir schon. Da ist ja auch nichts mehr drin, glaube ich. Ne. Und unsere Fackel ist ausgegangen. Nehmen wir eine neue. So. Hier war nichts so weit, was man gebrauchen könnte. Wo sind wir denn gerade im Tempel? Da unten. Ähm. Nein, 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 nein. Auch nicht. Ja. Ganzer Weg umsonst. Egal. Gehen wir jetzt hier hoch. Und dann müssen wir halt hier rausgehen. Haben wir halt Pech. Dann habe ich halt mit Kohlen gehandelt. Weil hier ist das, wo Danilo lag. Ja, lag. Jetzt ist er wieder irgendwie verschwunden. Auch nix. Nope. Auch nichts. Schade, schade. Können wir nichts machen. Das rächt mich jetzt aber ein bisschen auf. Dass wir hier umsonst reingelaufen sind. Ach ja, hier geht's ja raus. Du machst das schon. Alles klar, ich mach das. So. Hä? Hier ist ein Ring. Kann man da ran ziehen? Warum nicht? Das hat's jetzt ja gebracht. Probier's woanders. Können wir auch nix von benutzen. Ja, super. Gar nichts also. Kaja, kennst du das Buch? Der Weg war umsonst. Ey, das rächt mich jetzt hier auf. Maliko, warte mal. Irgendwas muss doch in diesem Tempel sein. Bis später. Du machst das schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier... Ich sollte mir das näher ansehen. Aber ich war doch hier überall. Weil irgendwie müssen wir ja hier eine Quest lösen. Tu nichts, was ich nicht auftun würde. Nee. Das muss ja hier hinter sein. Also hinter den ganzen Altaren. Das heißt, hier hinter. Hier hinter. Oder ist es hier nach... Nee. Wir waren hier doch überall schon. Aber wir haben auch nirgendwo was liegen gelassen. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich stehe auf dem Schlauch. Du, 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 du. Ah. Super. Sind wir doch noch irgendwo fündig geworden. Gut, dann mache ich hier einen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.